Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, wie es sich anfühlt, zehn Tage lang keinerlei feste Nahrung zu sich zu nehmen, warum ich persönlich mir das überhaupt antue und was für Ergebnisse ich daraus feststellen kann für mich persönlich bis hierhin. An dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich genau zehn Tage keinerlei feste Nahrung zu mir genommen und vorab sei gesagt, ich fühle mich großartig. Um es genauer zu sagen, vermutlich besser als irgendwann sonst in den letzten zehn Jahren, sage ich mal. Und das ist nicht übertrieben. Dieses Konzept, von dem ich rede, ist natürlich nicht neu. Man nennt das Ganze Fasten oder Heilfasten. In dem Fall verwende ich die Methode nach Buchinger. Ausgehend von Otto Buchinger hieß er, glaube ich. Das Ganze ist ein Großvater, Vater, Sohn. Also ich glaube, über drei Generationen macht die Familie Buchinger das mittlerweile. Und daran habe ich mich orientiert. Normalerweise sieht das Buchinger Heilfasten, so wie ich es kennenlernen durfte, so aus, dass man an einem Tag zwei, an einem Tag zwei, zwei Tage lang sogenannte Entlastungstage macht, an denen man weniger isst. Am dritten Tag kommt Glauberseits ins Spiegel. Falls du das nicht kennst, gerne googeln, da hat man Spaß. Und ab dem vierten Tag beginnt dann der erste Fastentag. Das geht dann in der Regel sieben Tage im Schnitt und dann kommt das Fastenbrechen, in der Regel mit einem Apfel, soweit ich weiß. Und danach folgen zwei Aufbautage wieder, denn der Darm und der ganze Körper muss sich dann erst mal wieder an die feste Nahrungsaufnahme gewöhnen. Und als ich das angefangen habe, dachte ich mir, oha, sieben Tage lang kann ich mir nicht vorstellen, weil ich persönlich bin schon subtil unruhig geworden, wenn ich eine Mahlzeit ausgelassen habe oder einen halben Tag lang nichts gegessen habe und auf einmal hieß es, sieben Tage lang keine feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und das war definitiv eine Herausforderung auf mehreren Ebenen, was auch einer der Gründe war, warum ich das denn final gemacht habe. Denn egal, mit wem ich gesprochen habe, der fastet oder egal, was ich darüber gelesen habe, ich habe zu 99 Prozent positive Sachen darüber gelesen. Ich habe gelesen, unser Darm arbeitet im Prinzip 24-7, 365 Tage im Jahr. Fasten ist sowas wie eine Art Urlaub oder Kur oder Entlastung für den Darm. Hat sich mir erschlossen, hat für mich Sinn gemacht. Es wird, es steht geschrieben, dass Fasten bei etlichen Krankheiten helfen soll, bei Rheuma, bei Hautproblemen, bei, also ich habe das präsent jetzt nicht alles im Kopf, aber bei wirklich erschreckend vielen Krankheiten, bei PMS, falls du eine Frau bist und recherchiere es gerne. Also es war wirklich überraschend für mich. Darüber hinaus, neben diesen ganzen positiven gesundheitlichen Veränderungen, gibt es aber natürlich auch, und das war final der Grund, warum ich es gemacht habe, spirituelle Hintergründe. Denn wir alle leben hier in der westlichen Überflussgesellschaft. Wir haben genug zu essen. Wir müssen nicht irgendwie losgehen und uns hoffen, dass wir tagsüber was zu essen finden, um abends genug zu essen zu haben und über die Runden zu kommen, sondern im Worst Case setzen wir uns ins Auto, fahren in den Supermarkt und kaufen ein. Und das führt natürlich dazu, dass wir tendenziell nicht nur genug essen, sondern zum Teil sogar so viel. Und ich habe gemerkt, dass sich das bei mir persönlich so ausgewirkt hat, dass ich manchmal, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst war, Herausforderungen hatte, zu unterscheiden zwischen Appetit, Essen aus Langeweile und wirklichem Hunger. Das fiel mir schwer, denn dieses Gefühl des wirklichen Hungers kannte ich so gar nicht mehr. Und das alles waren für mich Gründe, warum ich gesagt habe, okay, es gibt, soweit ich weiß, so gut wie keine Nebenwirkungen. Es gibt eine nahezu endlose Liste von positiven Benefits. Du hast es noch nie gemacht. Go for it. Das Ganze habe ich angefangen am 23. März. Ich meine, es war der 23. März. Und ich war überrascht, denn ich habe seitdem und wahrhaftig nicht einmal wirklich Hunger gehabt. Es ist Wahnsinn, aber bei mir verhält es sich so. Schreib gerne in die Kommentare, wenn das bei dir ähnlich ist. Wenn ich abends nichts esse, habe ich morgens oftmals weniger Hunger. Wenn ich abends später ganz viel esse, dann wache ich oftmals schon mit Hunger auf. Merkwürdig, ich konnte es mir bisher nicht erklären, aber oftmals in dem Kontext war es auch so, dass wenn ich eine Mahlzeit dann weggelassen habe, ich bereits Hunger hatte. Mein Magen hat unglaublich gegrummelt und ich hatte unglaublichen Hunger. So sehr, dass ich kognitiv manchmal so abgelenkt war, dass ich mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren konnte oder auf das, was ich halt in dem Moment gemacht habe. Und das war auch eine meiner größten Sorgen, dass ich das mache und ich bin dann quasi eine Woche lang wie außer Gefecht. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass in meinem Kopf dann die ganze Zeit nur noch Brote und Pizzen und Reis und Gemüse rumfliegen. Ich aber keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, was die eigentliche, ich hole mir mal gerade so ein Brillenputztuch, was die eigentliche Aktivität erforderte. Und wie eingangs schon erwähnt, ich fühle mich besser denn je. Und das ist nicht übertrieben, auf keiner Ebene. Und ich möchte an dieser Stelle einmal mit dir teilen, wie genau sich das für mich anfühlt, sieben Tage nichts zu essen und wie so ein bisschen der Verlauf war. Also an den ersten drei Tagen, an den ersten ein, zwei Tagen muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Jetzt habe ich gelesen, wenn ich hier Fastenexperten habe, die Zuschauer schreibt gerne mal in die Kommentare, dass Kopfschmerzen zwar mit dem Fasten korrelieren, es jedoch keine Kausalität vorliegt. Das heißt konkret, dass Kopfschmerzen zwar oftmals zusammen auftreten mit dem Fasten, aber die Ursache für die Kopfschmerzen in dem Moment nicht das Fasten ist, sondern der Entzug beispielsweise von Koffein, von industriellem Zucker oder vielleicht von Gluten. All diese Sachen sollen beispielsweise die Gründe dafür sein, dass wir Kopfschmerzen haben, als Folge davon, weil wir vorher offensichtlich zu viel davon gegessen haben, also jetzt einen leichten Entzug haben, der sich unter anderem in Form von Kopfschmerzen auswirken kann. Das hatte ich die ersten zwei Tage, aber war durchaus, also ich habe noch niemals eine Kopfschmerztablette genommen oder ähnliches, also es war wirklich auszuhalten. Und ab dem dritten, vierten Tag habe ich gemerkt, dass sich was verändert. Das ist der dritte und vierte Tag, auch in etwa der Tag, wo man sagt, dass der Körper auf das Not- oder auf das Sparprogramm umschaltet. Das heißt, er zieht seine Energie nicht mehr aus Glykogen in Form von eingespeicherten Zucker beispielsweise, sondern ab dem dritten Tag schaltet der Körper um und verbrennt körpereigene gespeicherte Fette zum Beispiel. Das ist natürlich auch der Grund dafür, warum man an Gewicht verliert, unabhängig davon, dass man natürlich keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Der Punkt der Gewichtsreduktion liegt an der Stelle natürlich auf der Hand, ist aber tatsächlich gerade beim Heilfasten eher eine Art positiver Benefit. Es ist eher eine Art positiver Nebeneffekt und war für mich nett. Das war schön, das hat sich angeboten. Ich habe auch ein kleines Corona-Bäuchlein bekommen in den letzten Monaten. Die Fitnessstudios haben alle zu und auch ich war natürlich dann nicht ganz so diszipliniert, wie ich hätte sein können. Und wenn du hier länger auf dem Kanal bist, wirst du wissen, das soll kein Excuse sein im Sinne von, ich habe zugenommen wegen Corona. Ich habe nicht zugenommen wegen Corona. Ich habe zugenommen, weil ich weniger diszipliniert war. Das war aber auch okay, denn im Gegensatz zu früher habe ich keine so strenge Identifikation mehr mit meinem Körper, dass ich denke, ich bin mein Körper oder ich bin das, was ich repräsentiere und habe auch nicht das Gefühl, dass mein Selbstwert an meinem Körper hängt und ich im Umkehrschluss weniger Selbstwert habe, wenn ich 5 Kilo mehr wiege beispielsweise, zum Glück. Das heißt, gleich wo sich mein Körper aus ästhetischer Sicht wahrscheinlich minimal zum Negativen verändert hat, was heißt minimal, also ich glaube schon, ich glaube ich habe 10 Kilo zugenommen, ist es so, dass ich, glaube ich, spirituell da um einiges cooler mit bin als irgendwann vorher. Von daher war das eine Sache, die okay war, aber natürlich kam es mir dann gerade recht, wenn ich durch das Fasten einige Kilo verliere. Darüber hinaus sieht es folgendermaßen aus, dass Veränderungen in meinem Leben, das hat sich so bewährt in den letzten 10 Jahren, finden auf nachhaltigere und bessere Art und Weise statt, wenn sie mehr oder weniger mit einem klaren Schnitt kommen, also wenn ich sie irgendwie schleichend in mein Leben integriere. Was soll das heißen? Ich habe dadurch, dass ich 10 Kilo zugenommen habe, mich natürlich anders ernährt. Ich hatte mehr industriellen Zucker gegessen in Form von Süßigkeiten und ich war öfters im Kalorienüberschuss, sprich habe mehr Nahrung zu mir genommen, als ich zu dem Zeitpunkt ohne Sport gebraucht und oder verbrannt habe. Die Folge davon ist absehbar, da muss man kein Mathematikprofessor für sein, man nimmt an Gewicht zu. Und so ist es auch geschehen und dann habe ich mir überlegt, okay starte das Fasten eine Woche lang, nimm keinerlei Nahrung zu dir und dann kannst du quasi von null an wieder anfangen, dich anders und auch wieder clean zu ernähren. Das heißt, an der Stelle sei gesagt, es gab für mich persönlich etliche Benefits, warum das Fasten Sinn gemacht hat. Einmal als klarer Schnitt zur Veränderung meiner Ernährungsgewohnheiten, dann um ein achtsameres und besseres Gefühl dafür zu bekommen, wann ich Appetit habe, wann ich Hunger habe und wann ich gegebenenfalls aus Langeweile dazu neige, mir irgendwas in den Mund zu stopfen. Es hatte gesundheitliche Benefits, aber auch spirituelle in der Form, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben nahezu auf Autopilot achtsamer geworden ist. Ich bin rausgegangen, ich glaube es war am vierten oder fünften Tag und ich habe die Natur anders wahrgenommen. Ich habe gefühlt, und das mag jetzt wirklich strange klingen, denn es klingt fast irgendwie absurd und ich bin mir bewusst darüber, dass Menschen, wenn sie irgendeiner Tätigkeit nachgehen, von der sie viel halten, natürlich auch eine selektive Wahrnehmung auf die positiven Benefits der Sache haben, die sie gerade machen. Aber ich habe wirklich die Natur intensiver wahrgenommen, ich habe die Farben intensiver wahrgenommen, ich habe die Welt schöner gesehen und es ist auch einer der Benefits des Fastens, dass sich der Serotonin-Haushalt verändert. Das heißt, wir fühlen uns auch besser, vielleicht glückseliger auch ein Stück weit. Und das kann ich eins zu eins bestätigen, was der Grund ist, warum ich immer noch faste, gleichwohl die sieben Tage schon um sind. Das heißt, freiwillig habe ich einige Tage ergänzt, denn ich fühle mich besser als je zuvor und möchte dieses Gefühl aktuell nicht missen. Für diejenigen, die das interessant klingen und sich denken, Mensch, dann mache ich das vielleicht auch mal, lasst euch davon jetzt nicht zu sehr beeinflussen. Es macht schon Sinn, sich wahrscheinlich beim ersten Mal Fasten an den sieben Tagen zu orientieren. Ich habe das Gefühl, dass ich ein recht gesundes Körpergefühl habe, da ganz gut auf mich selbst und in mich selbst reinhören kann. Ich bin im besten Alter, Anfang 30, ich bin gesund und deshalb traue ich mir durchaus zu, dann noch ein paar Tage zu verlängern. Ansonsten für all die, die die Punkte eben nicht unbedingt für sich unterschreiben können, da macht es wahrscheinlich Sinn, beim ersten Mal Fasten sich an der sieben Tage Grenze zu orientieren und dann wieder mit den Aufbautagen anzufangen. Ich werde mal schauen, wie lange ich noch mache. Natürlich werde ich auf der Stelle wieder Nahrung zu mir nehmen oder die Aufbautage starten, sollte ich irgendwelche negativen Folgen merken körperlich. Aber ich möchte es an sich nicht so weit kommen lassen. Ich denke, ich werde in den nächsten Tagen spätestens nach zwei Wochen an der Stelle cutten und dann auch wieder mit der Nahrungsaufnahme anfangen. Aber wenn du hier auf dem Kanal bist, spricht vieles dafür, dass du meine Videos auch seit einigen Monaten, vielleicht Jahren verfolgst oder wahrscheinlich, dass hier nicht das erste Video ist, was du schaust. Und wenn du das eins zu eins vergleichst, dann wirst du vielleicht auch merken, dass ich nicht erschöpft wirke oder müde wirke oder kaputt oder geschlaucht, sondern vielleicht sogar eher im Gegenteil etwas euphorisch, wach und klar. Und dieser Eindruck solltest du den haben, deckt sich eins zu eins mit meinem subjektiven Empfinden. Von daher kann ich abschließend sagen, dass das eine Erfahrung ist, die ich definitiv niemals in meinem Leben missen möchte. Ich bin mir bewusst darüber, dass ich hier in diesem Video etliche positive Benefits nicht erwähnt habe, nicht darüber gesprochen habe, einfach weil ich sie gerade nicht im Kopf hatte. Aber vielleicht war das so eine Art Türöffner für dich überhaupt für dieses Thema. Ich habe nicht gelitten, ich habe nicht gehungert, ich habe etliche positive Benefits aus spiritueller Sicht und auch aus gesundheitlicher Sicht. Und vielleicht reicht dir das als subjektiver Erfahrungsbericht, um dich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Orientiert habe ich mich, wie gesagt, an dem Fastenverfahren nach Buchinger. Ich hatte mir darüber hinaus, also es war so ein kleines Heftchen von dem Verlag. GU heißen die, glaube ich. Darüber hinaus hatte ich mir bestellt Heilfasten für Dummies. Das ist ein ganz guter Verlag. Ich weiß gar nicht, ob es ein Verlag ist, aber eine ganz gute Reihe an Büchern, die ich gerne, wenn ich mich beginne mit einem Thema zu befassen, mir anschaffe für eine Art Überblick. Und dann habe ich mir noch, ich glaube, die neue Auflage vom großen Buch des Fastens, heißt es, glaube ich, von Dr. Rüdiger Dahlke geholt. Mit Sicherheit eine polarisierende Person, denn er hat neben seiner Tätigkeit als Arzt sehr viele spirituelle Einflüsse. Aber das ist natürlich was, was mir gerade recht kommt. Deshalb, das sind so die Bücher, an denen ich mich seitens der Literatur orientiert habe. Ansonsten habe ich mir ein paar Videos angesehen. Tue das auch immer noch, weil ich bin jeden Tag begeisterter. Eine Sache noch, es kann vorübergehend zu kleineren Fastenkrisen kommen. Ich hatte das tatsächlich gestern nach neun Tagen das erste Mal. Und auch das war nicht schlimm. Es ist nicht wie eine Depression, es ist nicht mit Schmerzen verbunden. Es war eher so ein kleiner Tag, wo man ein bisschen schwächer war, nicht ganz so euphorisch. Und heute ist es schon wieder vorbei. Und wie gesagt, ich fühle mich besser denn je. Das war es von mir zum großen Thema Fasten, Heilfasten nach Bochinger, was mögliche positive Benefits sind aus medizinischer Sicht und aus spiritueller Sicht. Mittlerweile ist die Forschung auch auf dem Stand, dass es etliche Studien für diese positive Benefits gibt. Wenn dich das interessiert, recherchiere da gerne nach. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Vielleicht interessiert dich auch, wie lange ich dann letztendlich gefastet habe. Denn du wirst dieses Video ja etwas verzerrt sehen. Und wenn du Fragen hast zum Fasten, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich bin da, führe dich da, beantworte die Kommentare. Wenn dir das gefallen hat, klick auf die Glocke. Das muss ich immer dazu sagen. Es ist mega wichtig, was für meinen persönlichen Support und für die Regelmäßigkeit der YouTube Videos. Denn umso mehr Leute abonniert haben und umso mehr Leute davon die Glocke geklickt haben, umso mehr Leute bekommen Wind davon, wenn ich neue Videos veröffentliche, schauen die. Dadurch werde ich natürlich motiviert, mehr Videos zu machen. Und am Ende ist es, denke ich, eine Win-Win-Situation. Schön, dass du dir dieses Video angesehen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit. Bis dahin. Adios.